Ahoy! Ah, hallo! Servus, merbus, ich bin es mal wieder, euer Hörny und willkommen zu einem Livestream. Auf Nerddings. Nice! Snake, Alter! Teamplay! Boah! Ja, eigentlich das war's für ihn. Oje! Hahaha! Oh Mann, ich wollte Darkness töten! Oder ist noch einer? Ich bin nicht töten! Hihihihihihihihi, Hahahaha! Habt grad keinen Kenken mehr da drin? Ist da doch alles drin? Nein. Der hat's für eine Hand. U.S.A.B.S.S.E.: Du Feu... Oh mein Gott, seid ihr dumm. ...Schätze. Mir wurde gesagt, Zitat, du's machst. ich habe abgestellt schon mal eben mit dem bruderboot in lud einfach jungs 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 das ruderboot was in die luft aufgestiegen das ruderboot ist einmal weggeflogen auf einmal das kann ich auch mal kurz in die kamera zeigen ich war ja warte mal dass melina einfach mehr mitleid mit dir hat als ich also heute schieß ich aber gegen mich du willst immer alles über bord schmeißen ja genau du idiot du vollidiot das ist alles seines und ja let's go schieß rauf da was ist denn jetzt los hallo maggie batz jawohl da ist noch eins feuer das sind alle wie viele sind da denn was ist denn hier los da geht alles da noch mehr what the fuck hä was ist denn los hier ich würde jetzt mal im chat abfragen also mit eins wenn ihr eins in den chat schreibt dann werden mevo und ich auf das switch freunde wenn ihr zwei in den chat schreibt werden wir keine freunde und wenn ihr drei in den chat schreibt dann sperre ich ihn die alle wollen dass ich ihn sperre das ist egal ich habe mich nur ein zweier ich will doch nur entspannen ich will doch nur entspannen weg 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 jetzt müssen wir nur erwarten bis die gegnerische galli auch gestorben ist weg 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 weg